Die John MacArthur Studienbibel ist eine der beliebtesten Studienbibeln, wird gerne in bibeltreuen Kreisen verwendet. Und diese Bibel ist voll von Irrlehrer. Denn rate mal was, John MacArthur ist ein verdammter Irrlehrer, der das Blut Jesu Christi leugnet. Unter anderem. Lass mich dir lesen, erstmal Apostelgeschichte 20, Vers 28, da sagt die Bibel So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also die Bibel sagt, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, wer im Kontext Gott, durch sein eigenes Blut erworben hat. Was sagt jetzt der Kommentar in dieser Studienbibel dazu? Was sagt John MacArthur dazu? Denn ich habe dir gesagt, Studienbibeln sind voll von Irrlehrer. Lass mich dir das zeigen. Er schreibt, durch sein eigenes Blut, Paulus glaubte so fest an die Einheit von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dass er Jesu Tod so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen, obwohl Gott kein Leib hat. Und daher auch kein Blut. Also die Bibel sagt schwarz auf weiß, die er im Kontext ist Gott gemeint. Denn es heißt hier, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, Gott, durch sein eigenes Blut erworben hat. Aber für John MacArthur ist es einfach nur das, was Paulus meinte. Denn Paulus hat einfach so fest an die Einheit von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus geglaubt, dass er eben, naja, Jesu Tod so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen. Obwohl ja Gott natürlich kein Leib hat und somit auch kein Blut. Nun, hier ist das Problem an der Sache, ist Jesus Christus Gott oder nicht? Jesus Christus ist Gott, nicht wahr? Jesus Christus hat sein Blut vergossen. Also wer hat sein Blut vergossen? Gott hat sein Blut vergossen. Ich meine, die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Gott wurde im Fleisch geoffenbart. Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, ist Gott. Er ist zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Denn von wem wurde er gezeugt? Vom Heiligen Geist. Also alles an Jesus Christus ist göttlich. Er ist zu 100% Gott, zu 100% Mensch. Jesus Christus hat sein Blut vergossen. Und sein Blut brauchen wir, um erlöst zu werden. Und dieser Vers ist so eindeutig. Und John MacArthur weiß, was die Wahrheit ist. John MacArthur weiß, dass es Gottes Blut ist, das Jesus Christus vergossen hat. Aber er lehnt das ab. Denn er schreibt, dass er Jesu Tod, also dass Paulus Jesu Tod so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen. Also er erkennt das an. John MacArthur erkennt es an, dass es hier um Gottes Blut geht. Er gibt das zu, unterschwellig. Aber er negiert das einfach und sagt einfach, stimmt nicht. Das ist einfach nur, was Paulus meinte. Aber es stimmt nicht. Und das, was er hier lehrt, ist derartige Irrlehre. Ich meine, er lehnt das Blut Jesu Christi ab. Er lehnt ab, dass es das Blut Gottes ist. Das Blut Gottes, das uns rettet. Spielt es einfach herunter. Lästert Jesu Blut. Lästert Jesu Tat am Kreuz, dass er sein Blut vergossen hat. Und Jesus Christus musste sein Blut vergießen, damit wir gerettet werden können, wie ich dir dann gleich zeige. Und er macht diese bizarre Aussage, obwohl Gott keinen Leib hat und daher auch kein Blut. Im Grunde genommen leugnet er damit die Gottheit Jesu Christi. Dann kannst du sagen, ja, aber John MacArthur glaubt doch an die Gottheit Jesu Christi. Er schreibt doch über die Gottheit Jesu Christi. Ja, schreibt er an anderer Stelle, richtig. Hast du recht. Aber so sind Irrlehrer. Sie sagen mal das eine, mal das andere. Sie sagen mal was Richtiges, meinen damit aber was Falsches. Sie gehen immer hin und her. Sie sind nie fest. Sie bleiben nie bei einer klaren Nähe. So sind Irrlehrer. Überraschung. Und das, was er hier schreibt, ist auch ein Angriff auf die Gottheit Jesu Christi. Denn er sagt im Grunde genommen damit, dass Jesus Christus einfach nur menschlich war, nicht göttlich. Das ist, was er damit sagt. Denn ansonsten würde er anerkennen, dass Jesus Christi Blut Gottes Blut ist. Aber das negiert er hier völlig. Das lehnt er völlig ab. Jesus Christus ist zu 100% Mensch, zu 100% Gott. Es ist das Blut Gottes. Die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Also hat Gott, Jesus Christus, konkret der Sohn, einen Leib? Ja. Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Aber lass mich dir den Vers zeigen, Kolosser 1, Vers 14, wo wir eindeutig lesen, dass wir Jesus Christi Blut brauchen, Gottes Blut somit brauchen, um gerettet zu werden. Die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Brauchen wir Jesu Blut, um gerettet zu werden? Ja. Aber was schreibt er jetzt dazu, John MacArthur? Dieser Ausdruck, durch sein Blut, beschränkt sich nicht auf die Blutflüssigkeit. Als habe das Blut von seiner chemischen Zusammensetzung her errettende Eigenschaften. Also er schreibt einfach, dieser Ausdruck, Blut, beschränkt sich nicht auf die Blutflüssigkeit. So, als habe das Blut von seiner chemischen Zusammensetzung her errettende Eigenschaften. Fahr zur Hölle, John MacArthur. Das, was ich dazu sagen kann. Was für eine Irrlehre. Er lästert Jesu Christi Blut, spielt es herunter, als sei es einfach nur menschliches Blut. Aber die Bibel sagt, dass es Gottes Blut ist, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, wie wir gelesen haben in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und er macht sich buchstäblich lustig darüber, über Jesus Christi Blut. Als habe das Blut von seiner chemischen Zusammensetzung her errettende Eigenschaften. Sondern es ist ein Ausdruck, der auf das gesamte Erlösungswert Christi als Opfer für Sünde hinweist. Das ist eine häufig genussende Metonymie, eine Begriffsvertauschung im NC. Und so weiter. Er behauptet, dass das Wort Blut einfach nur symbolisch gebraucht wird für einfach den Tod Jesu Christi. Für sein Erlösungswerk allgemein. Und das Blut ist nicht so wichtig. Denn er sagt, dieser Ausdruck, also durch sein Blut, beschränkt sich nicht auf die Blutflüssigkeit. Doch es geht hier um die Blutflüssigkeit. Es geht um das buchstäbliche Blut, das Jesu vergossen hat. Denn wir brauchen Jesu Christi Blut, um gerettet zu werden. Die Bibel sagt in 3. Mose 17, Vers 11, Denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Aber dann lesen wir im Neuen Testament in Hebräer 10, Vers 4, Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Also scheint mir so, John MacArthur, als bräuchten wir doch ein bestimmtes, ein besonderes Blut. Das nicht irgendein Blut ist. Sondern wir brauchen das Blut Jesu Christi, um gerettet zu werden. Wir brauchen Gottes Blut, um gerettet zu werden. Aber er lehnt das ab und er macht sich lustig über Jesu Christi Blut. Und sagst du mal was, er ist nicht gerettet, sondern er wird zur Hölle fahren. Und du denkst dir vielleicht, ja, lasst uns beten für John MacArthur. Weißt du, ich werde für John MacArthur beten. Ich werde dafür beten, dass Gott ihm jeden einzelnen Zahn schmerzvoll ausreißt. Jedem einzelnen Zahn schmerzvoll ausbricht. Dafür werde ich beten heute Abend. Wie kannst du sowas sagen? Nun, weißt du, das ist biblisch. Die Bibel spricht davon in den Psalmen, bricht ihnen die Zähne aus so ungefähr. Das, wofür ich beten werde. Dass Gott ihm alle seine Zähne ausbricht und ihn zur Hölle fahren lässt. John MacArthur weiß, was die Bibel sagt. Er gibt zu, dass es sich bei Jesu Blut um Gottes Blut handelt. Er gibt das zu in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte 20, Vers 28. Aber für ihn ist einfach nur so, der Paulus glaubte einfach so fest. Das ist einfach nur, was Paulus sagte. Er glaubte so fest an die Einheit von Gott, dem Vater und Herrn Jesus Christus. Dass er Jesu Tod so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen. Also er erkennt das an, dass die Bibel sagt, dass es sich um Gottes Blut handelt. Aber er lehnt es ganz einfach ab. Er lehnt Jesu Christi Blut ab. Er lehnt Gottes Blut ab. Denn Jesu Blut ist Gottes Blut. Und es ist besonderes Blut, weil es das einzige Blut ist, das uns rettet. Wir brauchen das Blut. Denn ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung, sagt die Bibel. Jemand musste sein Blut vergießen. Aber das Blut von Stieren und Böcken hat nicht ausgereicht. Sondern wir brauchen Jesu Blut. John MacArthur ist ein verfluchter Irrlehrer. Er wird zur Hölle fahren. Und ich hoffe, dass er baldmöglich stirbt. Und ich werde dafür beten. Und ich werde dafür beten. Untertitelung des ZDF, 2020